Ja, kommen wir zu unserem letzten Video von der Zusatz- und Vermerkzone beim Geschäftsbrief. Das ist hier dieser graue Bereich. Man sieht hier auch an den Zeilenangaben, die sind in umgekehrter Reihenfolge hier, also 1, 2, 3. Das bedeutet auch, dass wenn hier was auszufüllen ist, man hier beginnt. Wenn es weitere Zusätze gibt, dann geht man nach oben. Was kann man jetzt hier reinschreiben? Einmal die Sendungsarten. Da haben wir Postdorf-Sendung, Büchersendung, Warnsendung, Blindensendung. Kommt also, würde praktisch hier reinkommen, Post, Wurf, Sendung und nicht hier oben bei 3. Ja, also das muss, man muss immer schauen, dass praktisch die Adresse dann, der Adressblock komplett bleibt. Ja, was gibt es noch? Sendungsformen gibt es auch. Da gibt es hier ein Wurf einschreiben, Übergabe einschreiben, Nachname, Postexpress, Pressbrief, Wertbrief und Luftpost. Was das im Einzelnen bedeutet, das entnehmt ihr dann bitte aus dem Skript. Hier sind noch einige Teile rot eingefärbt. Das bedeutet, diese eingefärbten Teile, Einwurf einschreiben, Nachname und Wertbrief, können noch kombiniert werden mit den unteren Zusätzen, also eigenhändig oder mit Rückschein. Das würde dann praktisch so ausschauen, dass man hier sagt, Rückschein und oben dann Nachname. Also man füllt von unten nach oben auf. Und die letzte Möglichkeit ist Vorausverfügung, nicht nachsenden oder bei Umzug mit neuer Anschrift zurück. Das schreibt mir hier auch dann entsprechend rein. So, dann gibt es noch eine Sonderform, die ist ganz neu in der DIN. Und zwar das obere Anschriftenfeld, das war 1,27 cm hoch. Und das hier wäre jetzt 1,77. Hier ist es so, dass bei der großen Zusatz- und Vermerkzone können praktisch die Absenderangaben hier übernommen werden. Also man muss sie praktisch nicht über der Tabelle dann schreiben, sondern die könnte man dann hier direkt an die Adresse anfügen. Also hier ging es dann los mit Anredefrau, Heike Müller. So würde das dann aussehen und nicht mehr da oben sein. Okay.